Das ist Predigt Nummer 7, den Redner ist Johann Dich. Wir beschaffen uns zu dieser Zeit mit dem ersten Thessalonicher-Bereich. Das letzte Mal, was ich dir unterreden, nehmen wir das letzte Port von Kapitel 4 durch. Denkt ihr noch, worüber sich dort handelt? Dort will ich eben die Überstattung und die Entrückung von allen lebenden Menschen, wenn Jesus wahrer kommt. Dann schlaut die Paulus das Kapitel so auf, dass wir uns mit diesem Norecht treisten sollen. Und die Thessalonicher gemeint, wir entschauen, wo über Adelie, die diesem Norecht sehr arg mögen. Und erst der Thessalonicher Kapitel 5, da hat Paulus das ganze Thema noch wieder erklären, ob er erst noch einige Bemotungen der Rewe. Vielleicht ist der Thema von Jesus in Wahrerkommen für einstig von Jund ziemlich fremd, ob er welwemol sein, in wofürken davon eine Bibel geschrieben steht. Wann einer dort not halt, dann wird von all die Theimers im Nieren Testament von Jesus in Wahrerkommen um zwei meisten geschrieben. Bloß von der Theimers von der Erleisung steht Meier geschrieben. 23 von der 27 Breiv im Nieren Testament reden alle davon. Das zweite Kommen von Jesus wird eine Bibel 318 Mal erwähnt. Dann fangt einer an zu wundern, worum mal so wenig an uns die Türchen über das Thema gepredigt wird. Und so go wie dann nu, noch das fäfte Kapitel vom ersten Thessalonicher Brief. Und wir fangen wie fast ein an zu lesen. So, liebe Breiter, über die Tatenstunde, wann er ja Jesus kommen wird, erst dort nicht neidig, Jund Meier zu schreiben. In diesen Versch fangt Paulus kragt, mit Dei Freir on, wort die meisten Menschen beschafftigt, wann sie an Jesus seine Wahrerkunft denken. Dort es war neuer. Diese Freir wurden sicherlich einst die Thessalonicher sich auch gestalt haben. Paulus kämpft an seiner Leiftolich on, ennant an Breiter. Dann brückt er hier den doppelten Ütdruck, Tiet in Stund. Wart meint Heu, Domet? Wann Jesus war er gekommt, wort dat op an seiner Klock ne gewerse Tietzernen, ober dat wort auch ne Tietzernen, wort Gott sich aus Passend uitgeweelt haft. Hier ever sollen die Thessalonicher, en ook wie, ans scheine grote Gedanken merken. Dort es die Trubbel befehle, dat sie sich proben, kräg den dag in der Dotum, utzuregnen, wann er ja Jesus kommen wird. Dort soll wie niemals daunen. Jesus seht je mol, dat von deis stund, wann he war er cheim, wisst China, nicht mal de Engel. Bloß Gott, weit die stund. Paulus seht je an, dat het nicht neidig wir, dat he an ever diese Freir noch meier schrieven soll. Worum nicht? En Vers 2 mag wie den Grund. Er sagt, Je weis en selbst gaut, dat den Haaren sin dag so kommen wordt, aus en stela ene Nacht. Ohne Twivel ho de an ever dat timer verheergeschreven, oder sogar davon to angepredigt, als het om ersten Mal in Thessalonicher weer. Wann hij sagt, de Haare wordt so treng komen, aus en stela ene Nacht, meint hij, dat schein Mensch, on dem dag door met regnen wordt. Dort wordt China se kennen uitregnen, wanne je Jesus komen wordt. Kragt, so isch keiner uitregnen kan, wanne je een stela, wie een anbrekje wordt. Paulus jährt dan wieder en sagt, Wann de Menschen seien worden, alles is ruhig en sicher. Dan wordt er verdorven, platslich ewe ankommen, so is die Weide ewe eine Früh komen, die een Kind ter Welt brengt. Door wordt er geen doorvankomen geven. Hier wordt es dan nog meer gezegd, wo dat dan zijn wordt. Dat eerste is, dat die Welt zich on dem dag sehr onschmeren wordt. Gottlose Menschen, in so ne wordt Jesus niet als Radar tjenen, die leven hier die Welt getrood zo immer wieder. Ze zijn alles is ruhig en sicher. Ze leven sogar flecht, dat alles zich währendwaar verbeterd. Entwijdet wordt we hier leeren es, dat voor de Welt, in de Menschen wordt Jesus niet zanen, wordt des dag voor aan in plaatsliet verdorven brengen, wo met China gereken houd. Wat du met kragt gemeint is, zegt ons Paulus nicht. Mi wordt zo schienen, dat voor aan hier een soja slemme tijd van kreem, van kracht, van verlust en angst aanbrekken wordt. Eenst die Bibel uit Laia nanen deze tijd de graute trebsel. Dit dag wordt hier verlekt, met het bild van de vrouw wat zullen bebeekrieen. De weijder is aan vierkend plaatslijk, wil ze niet den dag weet, waarna je de aanfangen worden. Dann reicht Paulus seine Wied-Oberwahrer und die Christen in Thessalonich. Die Bibel merkt immer ein Unterscheid zwischen dir, wo Schenke Gottes geworden sind, in Säune, wo es nicht sind. Hier kommt die Unterscheid sehr gut rüht, wann Paulus sagt, »Ober je breiter sind nicht von dir, die am Diestren leben.« Ein wird das Dach nicht so aus den Stähler beglaumsen, so es dir wird sich nicht reitgemerkt haben. Hast du gemerkt, wo Paulus die Thessalonicher nannt? Er nannt an »Känger vom Licht« in »Känger vom Dach«. Wo würde ich dort kennen, wann ein Mensch in diesem Leben nicht weiten kann, auf »Hein Kind Gottes« geworden wäre oder nicht? Das ist noch ein von der vielen Bibelstädten, wort uns dort ganz klar sagen, dort einer dort weiten kann, auf eine »Ein Kind« vom Licht« geworden ist, oder auf einer noch immer »Ein Kind« von »Ein Nacht« und vom Diestren ist. Paulus kann mit der Thessalonicher taub ganz niedlich bekanen, »Wie sind nicht von »Ein Nacht« und auch nicht vom Diestren.« Aber worum brägt er hier in diese Betiegnungen die Bilder von Licht und von Diestren, von »Dach« und von »Nacht«? Ist das nicht so, dass wenn wir uns zu Jesus bekehren, und uns am ganz »Hahn« geben, dass bei uns alles von »Bennen« »Dach« wird? »Wie können auf einmal jästelige Wahrheiten begrippen. Aule, diestere Gedanken über andere, und auch über uns selbst, sind auf einmal weg. Wo do eerst Angst und Twiwel wären, es nu auf einmal Freude in Gott vertruhen. Doe wäre in es das Bild von Licht und Dach eine sehr passende Beschreibung von dort, wat im Hort von einem betierten Christ geworden ist. In Versaas geeft Paulus die Thessaloniker noch mehr, worüber sie sollen nur denken. Da sagt er, »Dann will wir nu auch nicht schlopen, so ist die andere, weil wir waker und bekloren verstand bleiben.« Er hat gerod von Jesus seine wahre Kunft gerät, und wird verschreckelt, dass veranbekehrte Menschen bedienen wird. »Wann der Dach so irrenst ist, dann soll sich jeder Christ nicht mehr so benehmen, als dann, als bei ihm noch alles diester wäre. Wie sollen dort zu sein, dort ans jeder Dachscht Leben dort Licht spegelt, wort er an uns anangekommen ist. Paulus redet auch vom Schlopen, und dort einer beklorem Verstand bleiben soll. Wie weit in Reihen aller dort, wann einer meid ist, und nicht besonders verjät, dann ist das sehr leicht, sich den Schlup hante geben. Am jästlichen ist das nicht anders. Wann wir wenig, oder niemals eine Bibel lesen, in Persönlich beten, dann war wir jästlich meid. Wann wir keine Arbeit für Gott seine Ehe daunen, wann wir zu keinem von Jesus vertalen, und manch andere für Jesus eine Säge sind, dann war wir änerlich immer kolder, und schließlich schlop wir jästlich ein. Nicht bloß dann, wird das für die Thessalonische gemeint nicht hervor. Auch von der auch schlopen viele von unseren Türken, wie sie abgehört haben, ein abgewagtet Leben an Jesus zu prägen, ihn von ihren Menschen zu verlangen. Da das bei so einer Gemeinten so ist, wie die Gemeint von Sardis, der uns in der Oppenbarung Kapitel 3 beschrieben ist. Da sagt Jesus zu dieser Gemeint so, Ich wei an deine Wurken, in dass du den Namen hast, dass du lebst, und aber daut bist. Und wieder sagt Jesus zu er, Wann du aber nicht abweichen wurscht, wo ich ewig die Kommen soßen stehle, und du wurscht auch nicht weiten, wann er ja erkomen war. Ich wundere, wo das bei so viele von unsere Gemeinten noch einmal waren wird, wo das kraagt, soas Jesus hier eben die Gemeint in Sardis zählt. Weil wir uns zumal ernstlich fragen, wo das bei uns steht. Kommen in unsere Gemeinten verkommen anbekehre, zum Leben den Glauben? Haben wir eine jästelige Sorge für Menschen, die mit Jesus kein Verhältnis haben? Proven wir die Einheime auch das Evangelium zu bringen, und sich in unsere Kirchen anzuschlüten? Holen wir uns doller an die Satsen, aus an die klare Lehren von Gott sein Wort? Ist uns das Wirtschaftliche wichtiger, aus das jästliche? Bewiesst unsere Gemeint viel Leib an andere, wort gar nicht zu uns gehören? Viele von diese Dinge, wort ich hier erwähnt habe, können uns ziemlich klar wiesen, ob unsere Gemeinten schläft, denn für Jesus sind drei Kommen gar nicht Reiters. Wo ist das dann besaune wort schloppen? Dort lesen wir an den nächsten Farsch. Dort sagt es, die wort er schloppen, die schloppen de Nacht, und die wort sich bedrinken, bedrinken sich de Nacht. Hier redet der Apostel nicht vom jeweiligen Schloop. Er redet hier von onze jästelige Anstallung. Säune wort jästlich schloppen, je herren, tö de Nacht. Nacht und diester sind hier uitdruck für das diestere Leben an der Welt. Dort jäft saunt, dort saune wort sich auch de Christen talen, du wärjen aber doch jästlich schloppen. En wil sie schloppen, worren sie dort gar nicht ein, dort sei tu de Nacht, je herren. Die beide Gedanken von schloppen und bedrinken, je herren taub. Schloppen und bedrinken sind in diesem beide überein. Die beiden, wo wir dort nicht ein, wort Romans an Wirklichkeit passiert. Schloppen und bedrinken betreiben uns so, dort wir die Wirklichkeit nicht mehr erreicht vernehmen. Leber Tauhira, schlapst du noch einmal? Wurscht du gar nicht ein, wo irrenste Tiet ist, worren wir leben? Weitst du nicht, dort nur dem jästlichen schlop, kämpft die furchtbare Ernichterung? Wils wie vom Dach sind, sagt Paulus, soll dort in uns lebende seinen seinen. Er sagt in Vers 8, Ober Wils wie zum Dach gehören, weil wir klar denken, in Glauben und Leib aus dem Brustschild drehen, in der Hoppning ab unsere Seiligkeit aus dem Schutzhelm. Hier sind nur die den Wort bewiesen, dort wir vom Dach sind, und nicht mehr von der Nacht. Dort ist es, dort wir nicht da sind. Darum hat mein Paulus dort wir klar denken können. Ein Mensch, wort jästlich noch blind ist, sittert nicht, dort he eine Seier, je färde, je lehrer ist. Dort he verloren ist, soll Jesus nie wahrer kommen. Dei, wer noch eine jästliche Diestenis ist, kann die Leere, wo bänen he ist, nicht richtig einschätzen. Dort weide es, dort wir uns von alle Sieden für den Sotunzine angerieb, beschützen daunen. Dort ho brugt, wie wort Paulus an Epheser saß, beschrifft, wie sollen all Gott seine Gewehren antragen. Hier redet er von zwei von diesen Gewehren, das Brustschild in den Schutzhelm. Das Brustschild bedagt den römischen Soldat seine Brust und dort erachtet Hort. Der Schutzhelm bedagt seinen Kopf. Bäde wären unbedingt notwendig, dass er am heidsten Kampf umleben blieven können. Von Christ ist die Glauben in die Leib das Brustschild. Mit Glauben meint er das Vertruhen ab Jesus. Wenn wir ganz ab Jesus vertruhen, kann die Sotunzine angerieb, uns nicht an den Grund bringen. Mit Leib meint er die Leib, was Jesus durch seinen Heiligen geist, in unsere Horten ütgegutten haft, um an den Menschen raum ans Heer wieder zu geben. Wann er von Hoppning von unserer Seligkeit red, meint er aber nicht so eine Hoppning, was ansicher ist, aber leiver die ähnliche Sicherheit, dass Jesus uns angenommen haft. Wann wir die nicht haben, dann ist das so, als wenn uns Kopf im gefährlichen Kampf ganz anbedeckt ist. Kannst du sein, dass du weißt, dass Jesus den Rade geworden ist, und dass er die angenommen haft? Ich bete, dass du von der diese Gewässheit kreien wurscht. Säuner, innerlich zum Licht gekommen ist, wird sich bemähen, dass er nicht durch den Sotun seine Last von seinen bekehrten Stand auf kempt. Hast du allemal an Gott seine Bestimmung gedacht? Einst die Menschen merkt das Wort arüch. Wenn die Bibel davon rät, dass Gott uns erwählt haft, dann haft das Wort Erwählung meist denselben Gedanken aus Bestimmung. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann sollst du weiten, dass Gott die all faire Schöpfung von der Welt erwählt haft, sein Kind zu sennen. So schrift Paulus in Epheser 1, feier und sagt, wenn sie die Welt den Grund lebt, hat sie uns bestimmt in Christus, seine Heilige Auschuld die Kinder zu sennen. Wann wir dann diesen nähenden Versch in Thessalonicher lesen, jäfte uns sehr viel Trost, wenn sie sagt so, Gott haft uns nicht dort bestämt, dort uns sin gerecht treffen soll, ob dort wie durch unseren Haaren Jesus Christus seilig worden. Viele Christen denken an Gott noch immer so, als wenn Gott nicht gut meint gesonnen ist. Sie checken immer wahrer ob sich in all ihre Fehler. Wo kann Gott dumm zu fred sein oder uns sogar schafft dich anzuecken? Sie denken aber nicht an Gott sin Gnode. Gott haft sich entschlossen uns mit Gnode zu behandeln, nicht nur was wir verdient haben. Hier sagt Gott sich entschlossen hat, uns nicht versiehen gerecht zu bringen, aber wie der Jesus worden seilig worden. Kannst du dort sein und Gott die schafft dich anschickt, willst du den Vertrauen ganz ab Jesus aus denen Rade gesaat hast, und du den schloten hast, verarmt zu leben? Darab kannst du die verloten, wie es die Bibel dort so klo sagt. Am tienden farsch sagt Paulus Jesus starb für uns so dass wir nun auf schloppen oder waker sind mit am top leben können. Jesus ist für uns alle gestorben. Sein dort um tritts in seiner upper stonung merken das mehrlich dort nicht bloß wie da leben aber auch die gestorben Christen wurden wie sie weiter kommen können wie am seinen in blieben. Paulus reed auch hier vom schloppen in vom waker zennen. Met schloppen meint er hier ober die wat gestorben sind. Met waker meint er die Christen wat noch leben van Jezus waren kempt. Vers alf schlitt dit poort dan so auf. To weien merkt und 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 ab so es j doch tunen. Dat wordt noch mal en dag geben wo all onze jederdagsche trubbels ewer sendt. Wie worden plaatslich die lüde stemm vom hexten Engel hören en worden an einen uren bleck nab genomen worden om von dan an emma be Jezus zu senden. Tese no recht ewer Jezus seen wader kommen soll alle kinder Gottes maut geben. Tese no recht soll uns ab bueh n. Tese no recht geft auch maut wills anze verstorvene älteren in Geschwister worden auch alle dabei sehnen wann sie känge Gottes wären eier sie starven. Uit dem Grund brug wie bein begrafenes von eine Person wat Jezus aus rad erkannd nicht so trüren aus de Welt trüret wann sie eint von Ehre begroft. Wies wie weiten dat Jezus ware kämt sind noch meier wichtige Dinge worab wir achten sollen. Dese no recht soll uns anspannen in reinet Leben te füren. In 1. Johannes 3 2 3 sagt wie weiten ober wann hei komen wort dan wo wie so seinen os hei es en wie waren am so seinen os hei es en jedra die seine hoppning ab christus saht wort sich reingen so es hei ook rein es En Philippa feier eint mit 5 ermoot Paulus ans dat wie Jezus seen komen dicht bie es sel wie met andere Kinger Gottes en fred lewen in leift torig sellen noch eint es dat wie ons freien sellen even wat met onsen charpa passieren wort wann Jezus chemt dit lesen wir in Philippa 3 21 wo dat zegt hei wort der seine kraft wo der hei sich alles ungedon merkt onsen nuschtjen charpa am andren so dat die seinen verharlicht en charpa liknen wort uit diese gerind jefft die bibel anstezen norrecht von Jezus in waare komen so dat wie ons dorab reid merken hast du die dorab alreit gemerkt wel we noch beden lewe her Jezus dank schein dat du ons over die toekomft nicht in die strin laatst lot en jeder en die me von der heet sich reid merken dat er an den wunderscheinen dag nicht fehlen mocht Amen Wann je noch vroeg an even dat wat je op dit program je heet an Meine telefoon nummer is 205 346 05 23 Ik wens you all in a goude week a bar a new a a a a a a Bis zum nächsten Mal.